Gegenüber 2019 steigen die Ausgaben um 6,1 Millionen, von 40 Millionen auf 46 Millionen. Und wofür? Und das ist sehr wichtig auf Inserate wie dieses hier. Also wer es von der Entfernung nicht sehen kann, hier steht drauf, es ist zu kalt. Ja, das ist in dieser Jahreszeit eine enorm wichtige Information, außer es ist zu warm. Und diese Information hat auch noch zusätzlich sehr kleingedruckte Letter und die muss ich hier tatsächlich zitieren. Da steht, für das Radfahren in der kalten Jahreszeit braucht es nicht viel. Ein sicher ausgestattetes Rad, warme Kleidung und gut funktionierende Bremsen. Tipp, wer auch im Winter radelt, stärkt das Immunsymblem und bleibt eher gesund. Das ist Ihre Information, das ist Daseinsvorsorge, das ist das, was Sie informieren müssen, um die Bürger und Bürgerinnen in Wien weiterzubringen. Halten Sie die Wiener und Wienerinnen wirklich für so deppert, Entschuldigung, dass Sie nicht wissen, was Sie zum Radl von anziehen.